Ich habe diese Aromaschienen für meinen Spirit E320 gekauft, nachdem die ach so tollen Original Weber-Teile weggegammelt sind. Ich bin mir 100%ig sicher, das wird mir mit diesen Schienen nicht nochmal passieren. Sie passen genau und ich konnte auch keinerlei gefährliche Grate O.E. entdecken. Viele Anbieter werben damit, V2A zu verwenden. Da gibt es aber diverse Qualitätsunterschiede, V2A ist lediglich ein Überbegriff für Edelstahl. Wenn mit V2A geworden wird, wird in der Regel der preiswertere Werkstoff 1.4016 eingesetzt, der nicht besonders hoch legiert ist. Elite Barbecue hat jedoch den höher legierten, also hochwertigeren und widerstandsfähigeren Werkstoff 1.4301 eingesetzt. Daumen hoch! Das war im Endeffekt meine Kaufentscheidung für Elite Barbecue. Den Unterschied kann man übrigens nicht sehen, sondern per Magnet herausfinden, 1.4016 ist magnetisch, 1.4301 zu 99% nicht magnetisch, es sei denn er wird sehr stark verformt, dann kann sich unter Umständen die Gefügestruktur ändern und er wird an einigen Stellen magnetisch. Das ist hier nicht der Fall. Weiter hat mich positiv überrascht, dass die Schienen mit geschliffener gebürsteter Oberfläche und foliert hier ankamen, damit habe ich definitiv nicht gerechnet. Das sieht zwar sehr schön aus, bringt aber im Endeffekt nicht viel. So genau schaut man sich die Armour-Schienen später nicht mehr an, dass das positiv auffallen würde. Unterm Strich freue ich mich, dass ich mich für diesen Anbieter entschieden habe und nicht für die nur wenig preisgünstigere Wettbewerber, bei denen bin ich mir nämlich sehr sicher, dass lediglich der erste 4.016 eingesetzt wird. Der ist zwar auch gut, kommt aber an den ersten 4.301 nicht heran. So das reicht jetzt. Hätte nie gedacht, dass man so viel über simple Aromaschienen schreiben kann. Meine Original-Weber-Schienen mussten nun doch mal nach sieben Jahren ausgetauscht werden. Nachdem ich hier sehr viele gute Rezessionen gelesen habe, habe ich mich für diese entschieden. Ich kann nur bis jetzt sagen, dass sie alles erfüllen, was ich brauche. Sie sehen, noch, sehr gut aus. Das Material ist sehr hochwertig, kann ich nur empfehlen. Nachdem meine originalen Aromaschienen in kurzer Zeit durchgerüstet waren, war es Zeit für Ersatz. Die Schienen passen perfekt in den Spirit 330, ich hatte keine Probleme mit dem Grat, die Kanten waren alle sauber. Die Qualität ist sehr gut. Komplett foliert, dass keine Kratzer entstehen. Gut eins Mal grillen und es spielt keine Rolle mehr. Kann das Produkt nur wärmstens weiterempfehlen. Nach sechs Jahren sind die Original-Weber-Bleche durch, wurde Zeit für Ersatz, und warum dann nicht direkt aus Edelstahl, die Teile bestellt, wurden prompt geliefert. Was soll ich sagen, passen super, und erfüllen ihren Zweck. Ich habe meinem Weber Spirit 210 ein kleines Upgrade spendiert und die originalen, bereits rostenden Aromaschienen durch diese Edelstahl-Variante ersetzt. Die Schienen von Elite Barbecue sind sehr passgenau und wirken hochwertig. Dass der Hersteller Qualitätsstahl aus dem Haus Dössen Krupp verarbeitet hat, konnte man auf der noch vorhandenen Schutzfolie erkennen. Diese zu entfernen war zwar etwas fummelig, störte mich jedoch nicht. Ich habe die Aromaschienen nun bereits mehrfach benutzt und bin sehr zufrieden. Die Wärmeleitfähigkeit ist sehr gut und trotz seines Alters erreicht der Grill mit ihnen noch annähernd 300 Grad Celsius. Als Geschenk für meinen Mann gekauft. Ich hatte zuvor beim Chinesen vergleichbare Aromaschienen gekauft, welche uns jedoch weggerüstet sind. Diesmal habe ich mich für Made in Germany entschieden und man merkt auch sofort, dass diese Schienen nicht magnetisch sind. Super finde ich auch, dass am Blech nicht gespart wurde und es eine ersten 5 mm Stärke hat. Top zufrieden, nichts auszusetzen. Die Teile sind robust, aus dickem Material und sehen äußerlich gut aus. Leere der hat man wohl vergessen, die Teile zu entgraten. Innen ist noch ein ziemlich großer Grat an vielen Stellen, besonders an den Radien, vorahnten. An manchen Stellen kann man sich leicht den Finger aufritzen, also erstmal entgratet. Bei dem Preis darf das nicht sein. Suche nach einem Ersatz für den Weber Spirit 330. Die Schienen passen genau und sind aus sehr robustem Edelstahl. Ein wenig mühevoll muss die Schutzfolie noch entfernt werden. Auch finde ich den Preis für ein paar gebogene Stahlstücke ambitioniert. Originalteile sind aber noch teurer und nach dem ersten Eindruck sicherlich nicht besser. Edelstahlaromaschinen passen für Weber Spirit E 210. Es werden 3 Stück geliefert. Das Material ist wertig und passt perfekt in den Grill. Wichtig, vor dem Benutzen die Schutzfolien abziehen. Passen super auf den Gasgrill Weber Gasgrill Spirit E 330, habe diesen Grill im Mai 2020 gekauft. Diese Aromaschinen lassen sich auch viel leichter reinigen. Für mich ein Muss, die von Weber sind wenn sie erst einmal eingebrannt sind mit Fett, sehr schlecht sauber zu bekommen. Klick Link in Description for more Reviews. Thanks for your watching. gers gibt es un increases Pumpkin we see if der Jungs. Wir sind ein bisschen wie die travels high beim K Repositivieren bringen. Ich Fang geliefert. Bis zum nächsten Mal.